Bordeaux-Bedo ist Universitätsstadt und politisches, wirtschaftliches und geistiges Zentrum des französischen Südwestens. Ihre Einwohner nennen sich Bordeleis. Berühmtheit hat die Stadt insbesondere durch den Bordeaux-Wein und ihre Küche erlangt, aber auch durch ihr bauliches und kulturelles Erbe. Bordeaux ist Sitz der Präfektur des Departements Gironde und Hauptstadt der Region Aquitanien, ferner Sitz eines Erzbischofs und eines deutschen Generalkonsulats. Bordeaux selbst hat 243.626 Einwohner. Der engere Ballungsraum Bordeaux kommt jedoch auf etwa 720.000 Einwohner und umfasst auch 26 umliegende Kommunen, die im Kommunalverband Bordeaux-Metropole organisiert sind. Dieser Verband ist wiederum Teil einer Agglomeration, die den weiteren Einzugsbereich mit insgesamt 51 Kommunen umfasst und so auf fast 840.000 Einwohner kommt. Die nochmals erweiterte Air Urban vergleichbar mit einer Metropolregion zählt sogar mehr als 1,11 Millionen Einwohner. Bordeaux ist damit die größte Stadt im Departement Gironde und der Region Aquitanien und die neuntgrößte Stadt Frankreichs. Die Agglomeration rangiert in Frankreich an sechster Stelle. Von Bordeaux aus wird auch das gleichnamige Arrondissement verwaltet, das aus 33 Kantonen besteht. Geografie Bordeaux ist eine Stadt, die im Südwesten Frankreichs, etwa 45 Kilometer vom Atlantik entfernt an der Garonne, die sich in einem weiten Bogen durch die Stadt zieht, liegt. Diese Form einer Mondsichel verhalte der Stadt zum Namen Port de la Lune. Einige Kilometer flussabwärts vereinigt sich die Garonne mit der Dordogne zum über 70 Kilometer langen Mündungstrichter Gironde. Bis in das Stadtgebiet hinein sind daher die gezeiten Kräfte zu beobachten. Bei Flut drückt das einströmende Meerwasser den Fluss zurück und hebt den Pegel um etwa einen Meter. Die entstehenden Strömungen sorgen für Strudel und ein unruhiges Oberflächenwasser. Bisweilen kann sich auch eine regelrechte Welle dutzende Kilometer flussaufwärts bewegen. Dieses Phänomen wird in Bordeaux-Mascarit genannt. Das linke Ufer der Garonne, auf dem sich der weitaus größte Teil des Stadtgebietes befindet, besteht aus weiten, sumpfigen Ebenen, aus denen niedrige Anhöhen ragen. Diese bestehen aus Geschiebesedimenten und weisen zum größten Teil Kies und Schotter als Untergrund auf. Die Böden sind mager aber aufgrund der Wasserdurchlässigkeit und der Fähigkeit, Wärme zu speichern, für den Weinbau jedoch hervorragend geeignet. Die Stadt Bordeaux liegt zwischen dem flussabwärts gelegenen Medoc und dem sich flussaufwärts ziehenden Gebiet der Graves, die geomorphologisch sehr ähnlich sind. Berühmte Weingüter sind bis in das stark verstädterte Ballungsgebiet hinein keine Seltenheit. Das rechte Ufer geht fast unmittelbar in ein bis zu 90 Meter hohes Kalkplateau über, so dass dort eine markante Steilstufe besteht. Das Plateau beheimatet in etwa 20 Kilometern Entfernung weltberühmte Weinbaugebiete wie Saint-Emilion, Pomerul und Fronsac, in denen einige der teuersten Weine der Welt kultiviert werden. Bordeaux liegt am Südrand der gemäßigten Klimazone. Die sehr milden Winter und die langen, warmen Sommer lassen bereits subtropisch mediterranen Einfluss spüren. Niederschlag ist zu allen Jahreszeiten häufig mit einer Niederschlagsmenge von über 900 Millimeter werden für französische Verhältnisse relativ hohe Mengen erreicht. Diese fallen hauptsächlich im Winterhalbjahr, im Sommer eher in Form von Wärmegewittern. Die höchste jemals in Frankreich gemessene Niederschlagsmenge innerhalb einer halben Stunde wurde im Juli 1883 aus Bordeaux gemeldet. Enorme Schäden verursachte auch ein Doppelgewitter im Jahre 1982 als am 31. Mai innerhalb einer Stunde das gesamte Monat soll abregnete und drei Tage später in 50 Minuten nochmals ein halbes. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei etwa 12,8 Grad Celsius mit einem durchschnittlichen Minimum von 5,9 Grad Celsius im Januar und einem Maximum von 20,2 Grad Celsius im Juli. Die zeitlich nach hinten verschobenen Temperatur maximal liegen im ozeanischen Klima begründet. Trotz des ausgeglichenen Temperaturgangs können bei entsprechenden Wetterlagen extreme Temperaturen auftreten. Während der Hitzewelle 2003 erreichten die Höchstwerte an 12 aufeinanderfolgenden Tagen mindestens 35 Grad Celsius, davon an einem Tag 41 Grad Celsius. Die Stadt hat eine hohe Sonneneinstrahlung vorzuweisen. Mit etwa 2000 Sonnenstunden übertrifft Bordeaux die meisten französischen Regionen mit Ausnahme des Mittelmeerraumes und einzelner Küstengebiete am Atlantik. Die Mikroklimate von Bordeaux und Umgebung sind mitentscheidend für die hervorragenden Weinbaubedingungen. Die Stadt und die umliegenden Anbaugebiete sind durch einen breiten Streifen Pinienwaldes vor den Seewinden geschützt. Zudem sorgt die Gironde für einen temperaturausgleichenden Effekt, da dieses Gewässer tagsüber gespeicherte Wärme nachts abgibt und außerdem breitflächig die Sonnenentstrahlung in das Umland reflektiert. Stadt-Viertel Bordeaux ist verwaltungstechnisch in acht städtische Arrondissements aufgeteilt. Die Arrondissements 1 bis 6 liegen am linken Garonneufer und sind von Norden nach Süden durchnummeriert. Das siebte bezeichnet das rechte Garonneufer und das achte den eingemeindeten Stadtteil Kauderern. Da hierbei historisch Gewachsenes zumeist nicht berücksichtigt wurde, hat dies dazu geführt, dass sich die Bewohner nicht wie zum Beispiel in Paris mit ihren Arrondissements identifizieren. Stattdessen ist es üblich den Wohnsitz nach Vierteln bzw. Stadtteilen anzugeben. Üblicherweise geben diese auch einen gewissen Aufschluss über den Lebensstandard. Seit 2007 ist die Altstadt von Bordeaux unter der Bezeichnung Historisches Zentrum von Bordeaux UNESCO-Welterbe. Das Gebiet innerhalb der ehemaligen Stadtmauer ist der historische Kern von Bordeaux. Es wird durch die ringförmige Struktur der Hauptstraßen und das Garonneufer begrenzt und von zwei Hauptachsen geteilt. Von Norden nach Süden verläuft die über einen Kilometer lange, heute vollständig zur Fußgängerzone umgestaltete RUE Saint-Catherine vom Place du Grand Theatre bis zum Place de la Victoire, wo die alten Gebäude der Universität stehen. Hier und westlich davon liegt das Geschäftsviertel von Bordeaux mit Handels- und Dienstleistungsschwerpunkt. Östlich bis zur Garonneufer überwiegt teils sehr alte Wohnbebauung. Die Ost-West-Achse wird durch die Pont-et-Pierre gebildet, die einzige Brückenquerung innerhalb des historischen Zentrums. Ihre Fortführung bildet der Chur Victor Hugo. Nördlich überwiegen Wohn- und Geschäftslagen gehobenen bis sehr hohen Standards. Südlich einfache Lagen. Im Nordwestteil in den Vierteln Quinkonsis und Hotel Deville finden sich feine Restaurants und Cafés. Repräsentative Niederlassungen von Banken und Finanzdienstleistern, Kinos und Einzelhandel für den gehobenen bzw. Luxusbedarf. Hier liegt das schon zu Zeiten der Intendanten sogenannte Dreiengel-Dior, ein fast gleichseitiges Dreieck, das aus drei allein gebildet wird und als Schaufenster des feinen Bordeaux gilt. Im Nordostteil in den Vierteln Saint-Pierre und Saint-Éloi befinden sich Restaurants, Hotels und Kneipen. Der ursprünglich alternative Charme weicht langsam einem gewissen Schick. Der Südwestteil im Viertel Victoire ist stark studentisch geprägt, aber auch bevorzugter Wohnort der Mittelschicht. Im Südosten in den Vierteln Cappuccins, Saint-Michel und Saint-Croix überwiegen mit alten Arbeitern, Arbeitslosen und Immigranten einkommenschwache Bevölkerungsschichten. Der Wohngürtel zwischen Chur und Boulevard ist aus ehemaligen Vorstädten außerhalb der Stadtmauer entstanden und ist mit Ausnahmen ähnlich aufgebaut. Im Norden überwiegen bevorzugte, im Süden einfache Lagen. Entlang der Garonne liegen im Norden die Viertel Chartrons und Grand Park. Ersteres ist der Sitz vieler Weinhändler und bürgerlich geprägt. Letzteres ist eine Großsiedlung für einkommensschwache Schichten. Der Nordwesten rund um das Palais Galen beherbergt das Viertel Saint-Syren eine gehobene Wohnlage und Sitz vieler Konsulate. Im Westen ragt das Einkaufs- und Verwaltungszentrum Meriadek empor, das einzige innerstädtische Hochhausensemble, für dessen Errichtung wurden großflächig einfache Viertel abgerissen, deren Zustand als marode und unhygienisch angesehen wurde. Obwohl zwischen den Handels- und Verwaltungsflächen hochwertige Wohnbebauung geplant war, ist es nicht zu einer verstärkten Ansiedlung der Oberschicht gekommen. Die Bauten haben im Gegenteil bereits eine leichte Patina angesetzt. Die großzügige verkehrstechnische Erschließung führte aber zur Ansiedlung einiger Hotels höheren Standards. Rund um Meriadek ist die ursprüngliche Bebauung für die untere bis mittlere Mittelschicht erhalten geblieben, die zumeist aus ein- bis zweigeschossigen Häuserzeilen mit kleinen Gärten besteht. Diese sogenannten Ecoppes sind bei der Bevölkerung heute sehr beliebt. Sert Jeans im Südwesten ist großbürgerlich geprägt, während das Bahnhofsviertel im Süden bis heute Wohngegend der Armen ist. Industrie und Gewerbe, Bahnlinien und wenig ansprechende Infrastruktur wie die zentralen Schlachthöfe prägen das Bild. Das rechte Ufer der Garon ist nach Jahrzehnten der Vernachlässigung ins Blickfeld der Stadtplaner gerückt. Anstelle der industriell und durch die Eisenbahn geprägten Viertel Bastide und Benauge wird direkt gegenüber der Altstadt ein vollständig neuer Wohnbezirk für die Oberschicht gebaut. Den Anfang machten hierzu der Umbau des alten Bahnhofs Gare d'Orléons zu einem Multiplex-Kino und die Eröffnung des Botanischen Gartens Schade, Botanique de Bordeaux im Jahr 2003. Jenseits des Boulevards liegt im Norden das Viertel LAC ohne nennenswerte Wohnbebauung sowie Bachelan, traditionelles Revier der Hafenarbeiter und heute stark von Arbeitslosigkeit geprägt. Im Westen befindet sich Kauderan, ein 1964 eingemeindeter Vorort mit lockerer Bebauung und einigen repräsentativen Villen. Hier ist der Park Bordeleis gelegen, die größte öffentliche Grünfläche der Stadt. Im Südwesten schließt sich St. Augustin an, ein Viertel der mittleren bis oberen Mittelschicht. Hier liegen das Stadion Stade Jacques Chaban Delmas und das Zentralkrankenhaus. Agglomeration wie in fast allen französischen Ballungsräumen ist die Kernstadt Bordeaux von einem Gürtel eigenständiger Kommunen umgeben, die mit ihr untrennbar zusammengewachsen aber nicht eingemeindet worden sind. Während Bordeaux im 20. Jahrhundert insgesamt an Einwohnern eingebüßt hat, sind diese Vororte teilweise auf das Zehnfache ihrer ursprünglichen Bevölkerung gewachsen. Die flächenmäßige Ausdehnung der Agglomeration ist insbesondere auf dem linken Garonneufer bemerkenswert. Seit Jahrzehnten frisst sich die Stadt förmlich in den umgebenden Pinienwald hinein. Immer wieder einen Gürtel aktuell bevorzugter Randwohnlagen vor sich herschiebend. Zum Flächenverbrauch trägt auch die fast durchweg niedrige Bebauung bei. Der hochverdichtete Teil des Ballungsraumes liegt etwa innerhalb des Autobahnrings. Die Schnittpunkte zwischen dem ringförmigen Boulevard und den Ausfallstraßen sind die sogenannten Barrieres. Diese bilden keineswegs deutliche Grenzen zwischen Bordeaux und der Vorstadt, sondern sind im Gegenteil aufgrund ihrer Verkehrslage zu kleinen Nebenzentren der Innenstadt geworden, deren eine Hälfte in Bordeaux liegt. Die andere teilt schon in den Nachbarkommunen, die außerdem über jeweils eigene Stadtzentren verfügen. Diese Orte weisen Bevölkerungsstärken zwischen 10.000 und 70.000 Einwohnern auf. Außerhalb dieser Städte bzw. jenseits des Autobahnrings wird die Bebauung lockerer, die Einwohnerdichte geringer und das Durchschnittseinkommen der Bewohner liegt höher. Einige große Einrichtungen wie Flughafen und Industrieansiedlungen unterbrechen das gleichförmige Bild. Die in diesem äußeren Gürtel gelegenen Kommunen verzeichnen zwischen 5.000 und 25.000 Einwohner. Auf der gegenüberliegenden Seite der Garon ist aufgrund des geringeren Platzangebotes der Übergang unvermittelt. Während nahe der Stadtgrenze in Lormont und Seine Hochhaus Bebauung im größeren Stil herrscht, beginnt unmittelbar östlich davon bereits der ländliche Raum. Das Stadtgebiet ist auf fast 90% der Fläche derart verdichtet, dass kein Platz für natürliche Lebensräume bleibt. Hier beschränkt sich die Vegetation auf Parks, Grünstreifen und leeren Baugrund. Auch die Tierwelt existiert nur insoweit, wie sie sich an fast geschlossen überbaute Flächen anpassen kann. Bordeaux hat insbesondere ein massives Problem mit seiner Rattenpopulation, das die Stadtverwaltung seit Jahren durch eine verbesserte Müllentsorgung und stärkere Kontrolle der gastronomischen Einrichtungen bekämpft. Naturnahe Raum findet sich im äußersten Norden des Stadtgebiets und vereinzelt an den Ufergestaden der Garon gegenüber der Altstadt. Insbesondere im Norden, der als Naherholungsgebiet ausgewiesen wurde, sind einige Flächen bewusst nicht bewirtschaftet worden, so dass hier noch eine Flora und Fauna existiert, wie sie entlang der Giron typisch ist. Eine Reihe von Zugvögeln hat hier ihre Rastplätze. In den Gehölzen finden sich einige Arten von Niederwild und an sumpfigen Stellen sind auch Bewohner von Feuchtgebieten zu finden. Ein eigenes Biotop bilden die Rebflächen, die im Stadtgebiet von Bordeaux allerdings verschwunden sind. In einigen angrenzenden Städten wie Pesak oder Villenavedonon dagegen wird Wein kultiviert. Hier haben Rebhühner und Kaninchen sowie deren Fressfeinde ihre Lebensräume. Relativ ungestört ist der aquatische Lebensraum. In der Garonne existiert eine Vielzahl von Organismen, die sich an die Verhältnisse in Brackwasserreservoaren angepasst haben, siehe hierzu Girond. In den künstlich geschaffenen Seen leben vornehmlich Zier bzw. Angelfische. Untertitelung des ZDF für funk, 2017